Bevor es weiter geht, noch kurz die Gewinner von dem vorletzten Video. Die Gewinner sind Lali Loli und Golo 0158. Herzlichen Glückwunsch! Hier noch zwei Screenshots, dass ihr wisst, dass es kein Fick ist. Nein! Ich bin einfach zu blöd dafür. Sechs Euro für die Katz. Du, du machst das nicht nochmal! Das macht der nicht nochmal, Junge. Wie heißt der? Wie heißt der? Wie heißt der Typ? Das hat er nicht gemacht! Dann geht's eigentlich. Genau. Und jetzt so. Okay, und jetzt hoch. Ich mach nicht mehr. Wir spielen in Folge. Ich hab da... Raus! iPhone 4 Release ist 2010 gewesen. Das heißt, 2012 hatte ich mein erstes Handy. Handy kann doch gar nicht sein. Der wäre ich ja 10. Ey, es hätt so schön sein können und am Ende wieder so ein Kack, ey. Ja, scheiß drauf. Ne, raus! Ich mach nicht noch ne Runde. Hallo, raus! Geht nicht, kann man... Geht nicht mehr. Junge! Boah, Junge! Hallo! Das ist die Ent... Ah, Gott sei Dank. Besser ist das. Ruf mich an! Ich bin geil! Ich geb mal ein... Toast... Ah, der? Hm. Stimmt, habt ihr recht, Freunde. Weil der ist nämlich... Hm. So, und den werd ich jetzt richtig... Also, darf ich knaftig machen. Das ist... Oh, das ist die beste. So, jetzt nehmen wir mal den... Oh... 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 Jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Workout-Stream. Bei der Weh, ich kann nichts für das Rauschen. Krabi hat sich ein günstiges Wireless-Mikrofon für den Workout-Stream gekauft. Wir wollen herzlich begrüßen auf dem Flugs von Zildorf-Flughafen nach Mallorca. Die Außentemperatur beträgt derzeit 12 Grad. Im Zielgebiet sind es 24 Grad. Über ihn befinden sich Knöpfe. Wir danken uns für Ihre Vertrauen und wünschen Ihnen eine angenehme Flugreise. Ihr Air Berlin. Lul W. Oh, das ist ja nicht normal. Macht man so, ne? Ist das richtig? Gleichzeitig setzen wir auch intensive Muskelheize im Vorhang, im Kraft-Ausdau-Bereich, aber auch im Hypertrobie-Bereich, also im schnellsten Muskelauf. Das ist doch das Warm-Up? Ich habe schon 170er Puls hier. Ah, das ist angenehm, Freunde. Mal, was macht der da? Ach, das muss man so schnell machen, oder was? Ich verstehe die Übung nicht. Da bin ich halt mit der Stange einmal hingebrettert. Äh, das war es doch wieder komplett mit dem Weltrekord. Was? Ja, wahrscheinlich. Von Zero to Hero, oder was? Was soll das denn für eine Scheiße sein? Ich konnte ja gar nichts machen. Falls ihr beim nächsten Workout-Stream dabei sein und vielleicht sogar mitmachen wollt, folgt nach diesem Video unbedingt Krabbi auf Twitch. Sein Twitch ist in der Beschreibung verlinkt. Wow! Aus ne pas. Mittelnig. Resistungen etc.